Gut, dass wir alles besprochen haben, was passiert ist. Aber es gibt ja noch eine Fortsetzung von der Geschichte. Wissen Sie noch, wie es weiterging mit dem Grimme-Preis, den ich Ihnen geben musste? Nö. Den hat das Gesetz zurückgeholt, Herr Krömer. Und daraufhin saßen Sie zweieinhalb Monate in U-Haft. Da ging es Ihnen sehr, sehr dreckig. Alle, Sekunde, Sie waren auch dabei. Alle haben sich von Ihnen abgewandt, erinnern Sie sich? Alle? Ja, weil nämlich aufgeflogen ist, wie Sie mich genötigt haben, diesen Preis nicht anzunehmen. Und ich weiß genau, was dann geschehen ist. Ich habe meine Schuhe verloren und alle... Ihre Schuhe haben Sie verloren, Ihre Freunde haben Sie verloren. Das ist meine Schuhe, meine Schuhe. Schuhe? Schuhe, achso, Ihre Schuhe haben Sie verloren. Die Menschen, die sich bis dahin als Ihre Freunde ausgegeben hatten, haben Sie verlassen. Und nur ein Mensch hat zu Ihnen gehalten. Diesen Menschen haben Sie daraufhin einen großen Heiratsantrag gemacht und seitdem sind wir ein Paar. Ja, cool. Und denn?